Mein Name ist Joris. Willkommen bei Jackass. Ich muss ja auf den roten Nippel landen. Auf den roten Nippel muss ich rauf. Scheiße! Au! Au! Mein Name ist Joris und das ist das Hochgeschwindigkeitsauto. Das Auto ist kaputt. Ich bin Freelancer. Funbommel Crash Corp. Mein Name ist Joris und das ist das Sprungschanzenauto. Das ist nicht so cool. Ah, was ist hier denn schiefgelaufen? Geht er durch? Jawoll Junge! Jemi! Ah! Ah! Das war doch ganz gut. Ah, scheiße! Alles voll hier mit Strom! Scheiß! Oh, da! Da ist was! Muss ich nur gut treffen. Komm schon! Denkt auch schon nicht mehr ganz so gut das Ding. Wuhuuu! Wuhuuu! Also Auto kann man vielleicht noch auf mobile.de verkaufen. Für Bastler. Mein Name ist Joris und das ist der Autosprung. Scheiße! Spring doch du Mungo! Verrückte Mungo! Spring Junge! Ich weiß was ich falsch gemacht habe. Mein Name ist Joris und das ist der Autosprung Teil 3. Ich glaube das ist zu weit. Mein Name ist Joris. Willkommen! Wie heißt der Pumps überhaupt? Mein Name ist Joris und das ist der Schienbeinbrecher. in Daniel Pennant cuide. He started to have have a chance! Wohuuu! Wohuu! 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 Oh nein, der Gott! Das ist voll knapp! Was weichst du auch aus? Oh mein Gott! Ah! Hä? Hat doch fast funktioniert! Mein Name ist Joris und das ist der Bus-Sprung. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also ich habe es über den Bus geschafft. Oh mein Gott! 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 Oh mein Gott!